Hi Leute, Fosky Datsch, willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute haben wir Mohammed dabei. Den Dickerchen. Ja, den Dickerchen, wie schon gesagt. Ab jeden Fall, wir sind gerade im Outlet, da ja schon viele wissen, dass Yunus morgen Geburtstag hat, wollten wir Ihnen was kaufen. Ein Geschenk? Genau, aber wir machen eine Riesenüberraschung. Und ich werde mir auch gleich einen Frozen-Joghurt holen, ich habe nämlich gerade Lust drauf. Dann gehe ich erst mal ein Trommierfinger und dann nachts vorher mit der Schärmung, keine Ahnung was. Und vielleicht noch zu Ali. Und dann rufe ich mir noch. So, es geht los. Wie groß küsst du? Weiß, danke schön. Brauchst du eine Filmrolle in Hollywood? Keine Sorge. Ich habe ein paar Kumpels in der Lage, die arbeiten im Schauspielsitzel. Ist echt so. Ich habe Sky und so nicht, weil wir müssen nach Hollywood bringen. Ja, ich muss ja mein T-Shirt herausstellen. Achso. Hallo. Hi Leute, auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier bei Adidas und haben jetzt schon zwei Sachen gefunden. Und zwar einmal die Hose für Yunus, weil ich weiß nämlich, dass er das gerne anzieht. Und vor allem das T-Shirt, das wird ja bestimmt richtig feiern. Ja. Ja. Dann noch die zwei Hosen. Ich finde die eigentlich richtig cool. Ich finde beide schön. Das passt so gut zusammen. Alles passiert. Hey Leute, wie ihr ja wisst, generell an Geburtstagen backt man ja eigentlich Kuchen. So wie ich das kenne. Also ja. Genau. Und mein Bruder, ihr wisst nicht, wie sehr er Kuchen liebt. Und der liebt Schokoladenkuchen. Der liebt... Oh mein Gott. Das ist echt nicht mehr normal, ne? Und an seinem letzten Geburtstag haben wir einen Kinderriegelkuchen gebacken und der hat den so geliebt. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache einfach Nutellakuchen. Ich liebe nämlich Nutella auch. Und da wir ja so selten Nutella kaufen, da habe ich mir gedacht, so wir müssen jetzt einen Nutellakuchen backen. Schöne Kalorien und schön reinhauen. Genau. So Leute, wenn ihr das beides reingemacht habt in die Schüssel, dann das einmal so ungefähr ein bis zwei Minuten schäumig schlagen. So Leute, jetzt habe ich es ungefähr zwei bis drei Minuten, glaube ich, schäumig geschlagen. Nicht probieren, es schmeckt sehr ekelhaft. Ich habe es nämlich gerade probiert. Genau. Und zwar muss es so ungefähr aussehen, also so ganz schäumig cremig. Wir haben jetzt alles durchgemixt komplett. Sieht jetzt so aus. Ich will jetzt probieren, aber erstmal fehlt noch was. Und zwar... Butter und dann so ein Bestreichding, damit der Kuchen am Ende nicht hier drauf klebt, weil sonst kriegt die ihn sehr schwer ab und es futtern nichts. Genau. Ein bisschen nehmen. Bei 160 Grad. Ciao. Bei Ober- und Unterhitze bei 160 Grad. Genau. So, mal schauen, ob der schon fertig ist. So, ich würde sagen, los geht's. Oh mein Gott, der ist so schön glatt. Oh mein Gott, der ist richtig fluffig noch. So, ich würde sagen, los geht's. Oh mein Gott. Alles Gute! Was habt ihr schönes für mich geholt? Guck mal, Nutella gucken! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, lieber Younes! Happy birthday to you! Yeah! Fertig und los! Das ist von... Samia... Samia ist ihr Vorname. Ich sehe auch bestimmt schöne Grüße. Ich glaube, das war Younes, mein Prinz, glaube ich. Ja. Warte, an meinen Geburtstagsbremsen... Ähm... Warte, du musst, ich weiß nicht. Younes, überbring das Lied vor der Haustür. Das ist schön. Genau. Und das ist... Und die drei, die zwei sind von mir. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was mein Schatz mir geschenkt hat. Hey! Einmal zeigen, bitte. Einmal hier. Adidas und Puma. Und die beiden haben... Die Socken habe ich auch was gesucht. Die beste! Samia weiß, was ich will. Und hier ist noch eins von Tommy Hilfiger. Socken. Hey! Und das... Und das ist von Mama... Von Tommy Hilfiger und von Andidas Freunde. Und meine Mutter weiß, dass ich so hohe Socken liebe. Ja, das war klar, dass mein Schatz das war. Einmal Adidas T-Shirt und so ein Tommy Hilfiger. Beste. Guck, und einen so ein Tommy Hilfiger. Von wen ist das? Von uns allen. Von Mama? Von Mama und Papa? Ja. Muss ich mich doch erstmal bedanken? Ja. Das mache ich doch gerne. Ja, weiß ich. Jetzt muss ich mich auch bei Mama und Papa bedanken. Und dann meine beste Mama. Jo. Gerne, gerne. Ich mach sowas ungern. Ich war mein bestes Papa der ganzen Welt bedanken. sondern Hoole noch. Nein, nicht in der Mitte, Junes. Warum in der Mitte? Du hast schon den Ent einen Seiten. Alles? Ich gehe einmal ab! Jetzt mache ich kein Mensch. Nimm den in der Mitte, wir waschen das dann ab. Nimm dir das große Messer jetzt mal. Egal, Hauptsache Kuchen. Lecker, schön abgeleckter Kuchen. Oh mein Gott, Mama, du wirst gleich... Schmeckt das so? Ey, das ist nicht mehr normal. Lecker, ne? Oh mein Gott. Kalorienbamba. Ja. Aber eine, die sich lohnt. So Jungs, und zwar... Ich weiß, dass du gerne Fußball spielst, auch gerne Schuhe tragen möchtest und alles, oder? Ja. Habe ich dir was gekauft, was dir auch gefällt. Ich hoffe, es gefällt dir auch. Und das sind die Schuhe, die du gewünscht hast. Boah, das sind die Neuen, ne? Die Neue. Jetzt hast du genug. Aber ich würde... Aber was sind das für Noppen? Ich würde mein Geld wieder haben, ne? Die waren nicht billig. Kramp. Kramp. Leute, kennt euch. Alter, heftig. Gerne. Danke, boah, ne? Pussy geben. Ja. 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 Hahaha. ب Schnell. Musik. Ashley. TV Vielen Dank.